Tony, bisschen höher? Yes? Gut. Mit dem Ton müssen wir eh gucken. Ja, also wenn du so eine Einstellung anders haben möchtest, ist das gescheit. Aber ist das okay? Wir müssen nur den Film abwarten, dass er schärfer wird jetzt. Ja. Ja. Ich mach mal kurz aus und geh mal in die Stufe rum.